Musik Es ist schon eine Weile her seit meinem letzten Video, aber ich habe an einem Dokumentarfilm in voller Länge gearbeitet und ich brauchte etwas Zeit, um meine Entchen in eine Reihe zu bekommen, um mich zu organisieren. Nun, es ist ein schöner Wintertag hier im sonnigen Kalifornien und der blaue Himmel und das tolle Wetter haben mich dazu gebracht, es zu genießen, draußen zu sein. Es gibt diejenigen, die behaupten, dass es gesund ist, jeden Tag ein paar Minuten an der Sonne zu verbringen, denn wenn die Haut im Sonnenlicht ausgesetzt ist, bildet sie Vitamin D. Es gibt andere, die einen Schritt weiter gehen und behaupten, eine andere Art von Nahrung direkt von der Sonne aufzunehmen, die im Osten als himmlisches Qi oder Qi oder Prana oder Lebenskraft bezeichnet wird. Während man Vitamin D aus Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln erhalten kann, gilt die Lebenskraftenergie als energetisch sehr subtil und wird angeblich über die Augen oder den Atem aufgenommen und sie ist so subtil, dass sie theoretisch sogar auf Gedanken reagiert. Während einige meiner Abonnenten es vorziehen, dass ich dieses Thema nicht behandeln sollte, da sie das Thema Alchemie oder Okkultismus als Pseudowissenschaft betrachten, würde ich argumentieren, dass es eine beträchtliche Menge legitimer Forschung über diese geheimnisvolle Lebenskraftenergie gibt, die die Jahrtausende alten Zeugnisse ergänzt, die in verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt überliefert wurden. Während sich die Namen geändert haben, ist die Energie, die beschrieben wird, dieselbe. Sei es der Name Orgon, der von Wilhelm Reich geprägt wurde, um die Energie zu beschreiben, von der er behauptete, sie in einem Kasten namens Orgon-Akkumulator nutzen zu können, was er sogar für Albert Einstein demonstrierte, oder der Begriff Äther, der auch als Quintessenz bekannt ist, der nach den mittelalterlichen Alchemisten eine subtile Energie ist, die das Universum durchdringt und seit der Antike als fünftes Element, zusammen mit den anderen vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft bekannt ist. In Indien ist der Begriff Prana populär und wird oft mit yogischen Atemtechniken in Verbindung gebracht. In der hinduistischen Literatur wird Prana manchmal als von der Sonne stammend und die Elemente verbindend beschrieben. Was bedeutet, dass ein Teil davon in allen anderen Elementen enthalten ist? Das Konzept ist auch bei den alten Tibetern sowie bei deutschen okkulten Geheimbünden des 19. und 20. Jahrhunderts beliebt, die behaupteten, alte arische Ursprünge mit den Kulturen des Ostens gemeinsam zu haben. Im Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg war diese Lebensenergie als Vril bekannt. Und der Begriff wurde durch ein 1871 von Edward Buller-Linton veröffentlichtes Buch mit dem Titel »Vril – Die Kraft der kommenden Rasse« populär gemacht. Die Energieform wurde »Vril« genannt und die im Titel erwähnte »Rasse« wurde »Vrilja« genannt und als ein unterirdischer Zweig der Menschheit beschrieben, der zwar genetisch ähnlich und mit uns verwandt war, aber aufgrund seiner erhöhten psychischen Fähigkeiten als überlegen galt, die sich um seine Fähigkeit drehten, diese Lebenskraftenergie zu manipulieren, sei es um zu heilen oder zu erschaffen oder in einem zerstörerischen Kontext. Während das Buch als Belletristik veröffentlicht wurde, galt Edward Buller-Linton in esoterischen Kreisen als ein Eingeweihter und hat auch Romane über das Rosenkreuzertum veröffentlicht und wurde 1870 von einem Rosenkreuzerorden zum großen Mäzen ernannt. Und es gibt umstrittene Behauptungen, dass er Mitglied verschiedener esoterischer Logen war. Auch wenn es schwierig ist, dies schlüssig zu beweisen, schienen viele andere bekannte Okkultisten sehr von seinem Status überzeugt zu sein und unterstützten die in seinem Buch dargestellten Ansichten voll und ganz, in Übereinstimmung mit dem, was Geheimgesellschaften für wahr hielten. Während Madame Blavatsky selbst über alte Legenden von unterirdischen Zivilisationen wie Shambhala oder Asgard oder Agatha schrieb, ist auch dokumentiert, dass die deutsche Regierung in den 30er Jahren versucht hat, mit den unterirdischen Menschen in Kontakt zu treten, sei es bei Expeditionen nach Tibet oder bei der Errichtung eigener unterirdischer Stützpunkte an Orten wie der Antarktis, tief unter dem Eis. Dennoch ist es schwierig, empirische Beweise zu erbringen, da die Vereinigten Staaten weiterhin Daten klassifizieren, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die Untergrundbasen betreffen, wie zum Beispiel Operation Highjump, bei der die alliierten Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg Tausende von bewaffneten Soldaten und drei Flugzeugträger bei einer militärischen Invasion in die Antarktis schickten, wo sie eine demütigende Niederlage erlitten, wie aus Berichten hervorgeht, die Admiral Byrd in einer südamerikanischen Zeitung nach seinem Rückzug übermittelte. Dennoch nennt die US-Regierung das Projekt immer noch ein wissenschaftliches Forschungsprojekt. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass Edward Bulwer-Lytton seine Ideen über Frill vor dem Hintergrund seiner langen Beschäftigung mit okkulten Naturkräften entwickelt hat, die zu dieser Zeit weiterhin diskutiert wurden, insbesondere in Bezug auf den tierischen Magnetismus und den Mesmerismus, die ich in einem anderen Video behandelt habe, zu dem ich in der Beschreibung einen Link hinterlassen werde. In seinen früheren Romanen hatte er die Elektrizität und andere materielle Einwirkungen als mögliche natürliche Ursachen für okkulte Phänomene diskutiert. Im Hinblick auf das Buch »Frill und die kommende Rasse« erklärte Bulwer-Lytton in einem Brief an seinen Freund John Forster, »Ich meinte Frill nicht für den Mesmerismus, sondern für die Elektrizität, die sich zu bisher nur vage erahnten Verwendungen entwickelt hat und die alles einschließt, was es an Mesmerismus wirklich gibt, den ich für einen bloßen Nebenfluss einer großen Flüssigkeit halte, die die ganze Natur durchdringt. Die kommende Rasse hat, obwohl sie uns ähnlich ist, dennoch durch Vererbung und so weiter gewisse Unterscheidungen erworben, die sie zu einer anderen Spezies machen und sie enthält Kräfte, die wir durch ein langsames Wachstum der Zeit nicht erreichen konnten, damit diese Rasse sich nicht mit uns vermischt, sondern uns zerstört. Da nun einige Körper wie der Torpedo oder der Zitteraal elektrisch geladen sind und sie diese Kraft nicht anderen Körpern mitteilen können, so gehe ich von der Existenz einer Rasse aus, die mit Elektrizität geladen ist und die Kunst erworben hat, sie zu konzentrieren und zu kontrollieren, mit einem Wort Leiter ihrer Blitze zu sein. Er hielt Frill also für eine echte bioelektromagnetische Energie, die mit einer großen, die ganze Natur durchdringenden Substanz in Verbindung steht. Ein weiterer Forscher des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet dieser alles durchdringenden Lebenskraftenergie war Baron Karl von Reichenbach. Ein namhafter Chemiker, Geologe, Metallurge, Naturforscher, Industrieller, Philosoph und Mitglied der angesehenen Preußischen Akademie der Wissenschaften. Er war vor allem für seine Entdeckungen mehrerer chemischer Produkte von wirtschaftlicher Bedeutung bekannt, widmete sich aber in den letzten Jahren der Erforschung dieser schwer fassbaren universellen Energie, von der er behauptete, Er sagte, dass sie Elektrizität und Magnetismus kombiniere und von allen Lebewesen ausgehe, die er odische Kraft nannte, wobei er den Namen von dem des nordischen Gottes Odin ableitete. Er sagte, dass die odische Kraft einen positiven und einen negativen Fluss sowie eine helle und eine dunkle Seite habe und dass Menschen sie kraftvoll ausstrahlen können, insbesondere aus den Händen, dem Mund und der Stirn, und dies scheint viele Parallelen zu der japanischen Heiltechnik Reiki zu haben, bei der Energie durch die Hände des Praktizierenden übertragen wird, um verschiedene Körperteile des Patienten zu beeinflussen. Und im weiteren Sinne verschiedene Formen von Tantra, die viele verschiedene Techniken haben und in Traditionen zu finden sind, die von Hindu und Buddhismus über Jainismus, die tibetische Böen-Tradition, Taoismus und die japanische Shinto-Tradition reichen. In sechs Programmen werden wir versuchen herauszufinden, ob alternative Medizin tatsächlich hilfreich sein kann, um echte Krankheiten zu behandeln. Deshalb habe ich den Professor und Chefarzt Asbjörn Moor-Drewes vom Universitätskrankenhaus in Aalborg herausgefordert. Ich glaube, dass die Wissenschaftler sehr alternativ sind. Wir sind generell mehr skeptisch gegenüber allem, nicht zuletzt gegenüber unseren eigenen Behandlungen. Aber ich glaube immer noch, dass die meisten alternativen Medizin einfach nicht funktioniert. Wenn sie mit alternativ etwas meinen, von dem nicht bewiesen ist, dass es funktioniert, und der Zweck der Behandlung ist, dadurch geheilt zu werden, dann kann ich nicht wirklich sagen, dass ich glaube, dass es funktioniert. Asbjörn und Janik stellten einige Spezialgeräte wie MR-Scanner, Wärmebildkamera, Ultraschall und EKG zur Verfügung, sodass wir hoffentlich einige Dinge in der Welt der alternativen Behandlung klären können. Akupunktur, Hypnose, Zonentherapie, Pendelbehandlung. Alternative Behandlung. Funktioniert sie? Wir sind an der Technischen Universität von Dänemark in Riesow, wo uns zwei Wissenschaftler, Christian Bahl und Kurt Engelbrecht, mit ihrer Wärmebildkamera unterstützen. Mit einer Wärmebildkamera kann man selbst die geringsten Temperaturunterschiede messen. Und unser Ziel ist es, mit der Kamera zu messen, ob die Hände des Heilers irgendeine Strahlungswirkung auf die Person ausüben, die die Heilung erhält. Es ist auch wichtig, die Art der Heilung zu finden, bei der man messen und eine klare Wirkung auf die Person zeigen kann, die die Behandlung erhält. Summananda ist ein Heiler, der uns aus Estland besucht, wo er normalerweise arbeitet und lehrt. Und er praktiziert eine Art der Heilung, die für unser Experiment perfekt ist. Es ist eine Praktik, bei der es darum geht, sich auf die Energie zu konzentrieren. Aber welche Art von Energie ist natürlich die große Frage. Wir werden ein bisschen von dieser Energie in mir selbst und in dem Model, das hier mit mir arbeiten wird, bewegen. Die Technik von Summananda ist perfekt für uns, da sie die Wirkung der Heilung auf sehr visuelle Weise nachweisen kann. Schließlich kann es sich dabei auch um das handeln, was wir im Tantra die sexuelle Energie nennen, denn das ist auch eine Art von Energie im Menschen. Und indem ich diese Energie durch den Körper, mich selbst und die Person mit mir kanalisiere, sollte es einige Effekte geben. Und die Effekte sind normalerweise, dass die Person anfängt, Schauer von Energie im Körper zu spüren. Und es geht weiter und bringt schließlich einige heilende Effekte mit sich. Es ist sehr entspannend, aber auch heilend und schließlich kann es sogar zu einem orgasmischen Gefühl werden. Es ist also in vielerlei Hinsicht wirklich schön. Denken Sie daran, dass wir damit beginnen, dass Sie zunächst einfach neben Ihrer Partnerin sitzen. Sie müssen Sie noch nicht einmal berühren. Versuchen Sie, Ihre Energie zu spüren. Die Technik von Summananda basiert auf verschiedenen Arten von Massagen, die er heute auf der ganzen Welt lehrt. Am Anfang kommt Sie nicht sofort als überwältigender Orgasmus, sondern tatsächlich als eine Befreiung von Emotionen, sehr alten Emotionen oder verschiedenen anderen Blockaden, die Ihre psychosomatischen Blockaden oder sogar körperliche Probleme sein könnten, die Sie vielleicht hatten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Zeit reif ist, Ihre Hände zu bewegen, dann tun Sie das behutsam. Denken Sie daran, dass Sie verschiedene Körperteile berühren können und helfen Sie ihr einfach, den Körper zu energetisieren und sensibler zu werden. Es ist offenbar für jeden möglich, an diesem Kurs teilzunehmen und seine Technik in nur wenigen Tagen zu erlernen. Um ehrlich zu sein, möchte jeder sein Sexualleben verbessern, auch wenn Sie nicht zum Zweck der Spiritualität ins Tantra gehen möchten, was völlig in Ordnung ist. Sie können aus dem Tantra immer noch etwas mitnehmen, das Ihrer Beziehung, Ihre Gesundheit und sogar Ihrem Sexualleben hilft. Warum nicht? Multiorgasmisch zu werden, ist im Tantra relativ einfach für Frauen und Männer. Wir haben drei Versuchspersonen zu unserem Experiment eingeladen, bei dem Sammern aneinander sie in einen orgasmischen Zustand heilen will, ohne sie zu berühren. Zwei der Frauen haben sich dafür entschieden, anonym an dem Experiment teilzunehmen. Allen Personen werden die Augen verbunden, sodass sie nicht sehen können, wer sie heilt oder welche Art von Bewegungen oder Gesten verwendet werden. Natürlich kann es für den Durchschnittsmenschen etwas seltsam sein, an eine Heilung mit gemeinsamem Orgasmus zu denken, aber es ist eine unglaublich heilende Energie. Das ist eine Tatsache. Der Punkt ist, dass Energie per Definition nicht etwas ist, das körperlich ist. Und deshalb kann man, wenn man lernt, den Geist zu konzentrieren, die Energie tatsächlich kontrollieren und bewegen. Und deshalb gibt es in der Yogas-Tradition eine einfache Regel, die besagt, Energie folgt immer dem Geist. Und wenn der Geist konzentriert und stark genug ist, ist es möglich, diese Energie zu konzentrieren und dorthin zu bewegen, wo man sie haben möchte. Und deshalb kann ich, wenn ich mich konzentriere, das auch ohne körperliche Berührung tun. Die erste Person, die die Heilung erhält, ist an diese Art der Behandlung gewöhnt. Wenn wir die Heilung an einer anderen Person praktizieren, die noch nie zuvor eine Heilung versucht hat, ist die Wirkung viel weniger spürbar. Aber das ist nicht der Punkt. Worum es in unserem Experiment geht, ist zu zeigen, ob es irgendeinen nachweisbaren Unterschied in den Händen des Heilers im Vergleich zu normalen Händen gibt. Also werde ich ohne das Wissen der Teilnehmerin während der Behandlung mitzummaneinander den Platz wechseln und die Reaktion der Untersuchungsperson ist überraschend. Fast sofort nach dem Platzwechsel beruhigt sie sich und liegt fast vollkommen ruhig da. Vor dem Experiment haben sammaneinander und ich unsere Hände gewaschen und desinfiziert, sodass uns vor der Untersuchungsperson kein Geruch verraten würde. So hat die Untersuchungsperson keine Chance zu wissen, wer sie zu welcher Zeit heilt und kein Geruch oder Geräusch verrät den Platzwechsel. Aber sobald sammaneinander zurück ist und seine Hände sich über ihren Körper bewegen, wacht sie wieder auf. Ich bin mir sicher, dass sie in vielen Bereichen über viele Fähigkeiten verfügen, aber wenn es um diesen Bereich geht, haben sie keine Ausbildung in diesem Bereich. Und wenn sie die Energien in sich selbst nicht auslösen, so wie ich es tue und wie ich es den Menschen beibringe, dann wird es natürlich irgendwann zu einer Art Rückzug der Energie kommen und dann stellen sie fest, dass sie es ohne große Ergebnisse versuchen. Und dann greife ich ein und zünde die Energie wieder an, denn ich weiß auch, wie ich meine Energie zu bewegen habe. Und dann beginnt der Zyklus erneut, die Synchronicität findet statt, die Resonanz ist im Spiel. Als Wissenschaftler würde man gerne glauben, dass es dafür eine ganz natürliche Erklärung gibt. Aber ich gebe zu, dass es etwas merkwürdig aussieht, wenn man hier sitzt und es sich ansieht. Aber wir können keine Temperaturänderungen aufgrund der Heilung mit der Kamera erkennen. Es ist schwer zu erklären, was genau vor sich geht. Haben Sie irgendeine Erklärung, wie die Versuchsperson den Unterschied zwischen uns erkennen kann? Nein, nicht wirklich. Nein, jedenfalls nicht auf wissenschaftliche Art und Weise. Gibt es einen Unterschied zwischen unseren Händen? Nun, sagen wir einfach, er weiß etwas, was Sie nicht wissen. Sie haben offensichtlich noch einige Dinge zu lernen. Es muss eine Art Andeutung geben. Aber wie? Sie kann mich nicht sehen. Nein, das stimmt, sie kann nichts sehen. Es ist wirklich eine Schande, die Person zu sein, die einen Orgasmus in einer Sekunde abschaltet. Aber um ernsthaft zu sein, es ist sehr seltsam. Wie kann sie überhaupt wissen, wann es meine Hände sind und wann es seine Hände sind? Nun, wir haben versucht, das Experiment so genau wie möglich zu kontrollieren, denn schon von Anfang an waren wir davon überzeugt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Aber es ist sehr schwer, eine logische und biologische Erklärung zu geben. Ich glaube nicht daran, sagen wir es mal so. Aber was wir versuchen können, ist, ein paar Gehirnmessungen und ein paar genauere Körpermaße zu bekommen, um zu sehen, was vor sich geht. Ja, wir könnten die Unterschiede zwischen Ihren Händen und den Händen des Heilers sehen und wie es sich auf das Nervensystem auswirkt. Das könnte wirklich interessant sein. Wir sind zurück und setzen unser Heilungsexperiment fort. Das Experiment soll zeigen, was die Versuchsperson den Unterschied zwischen unseren Händen erkennen lässt. Diesmal verwenden wir zwei Versuchspersonen und beide bekommen eine Kappe mit Elektroden darauf, sodass die Leiterin des Experiments, Christina Brock, und ihr Team sehen können, was im Gehirn vor sich geht und wie es während unserer Experimente reagiert. Also, Christina, du bist jetzt dabei, einen Orgasmusheiler zu messen. Ja, wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir die Wirkung eines Orgasmusheilers am besten messen werden. Was geht Ihrer Meinung nach vor, während Sie Behandlung halten? Wenn ich die Energie erhalte? Ja. Es ist nicht so sehr nur im Gehirn. Ich kann es in meinem ganzen Körper spüren. Es ist wirklich ein Ganzkörper-Orgasmus-Gefühl. Diesmal ist es ein bisschen anders. Wir sind immer noch ein bisschen skeptisch, was der Heiler tatsächlich kann. Die Probanden haben wieder einmal die Augen verbunden, damit sie nicht sehen können, wer was wann tut. Wenn wir einige Ergebnisse auf unseren Bildschirmen sehen können, wenn der Heiler die Behandlung durchführt und sie mit der Behandlung vergleichen, wenn jemand anders dabei ist, dann müssen wir vielleicht einfach akzeptieren, dass es einen Effekt gibt und dass die Heilung wirkt. Vielleicht können wir es nicht auf wissenschaftliche Weise erklären. Und vielleicht ist es nicht einmal so gemeint, dass wir es erklären können. Nochmal, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen meinen Händen und den Händen des Heilers bei beiden unserer Testpersonen. und den Händen des Heilers Christina, können Sie einige Unterschiede erkennen? Ja, ich sehe deutlich einen Unterschied zwischen der wirklichen Heilung und der Heilung, die wir versucht haben, vorzutäuschen. Der Körper der untersuchten Person ist bei einem erfahrenen Heiler viel entspannter, 45 Prozent mehr. Und bei der Versuchsperson Nummer zwei ist der Unterschied sogar noch größer. Ja, hier ist der Unterschied noch größer. Ich würde sagen, fast doppelt so groß zwischen dem echten und dem falschen Heiler. Das ist eigentlich sehr überraschend und interessant. Und es ist zuverlässig, weil wir all diese Geräte und Instrumente haben. Auch wenn Sie nichts sehen können, können Sie den Unterschied zwischen uns spüren? Ja, ich erinnere mich, dass ich wieder in meinen Kopf zurückging und dachte, was ist hier los? Hat er aufgehört? Ich war ein bisschen verwirrt. Wie sieht es in der Universitätsklinik in Aalborg aus? Können uns die Mitarbeiter und ihre Ausrüstung helfen, den Unterschied zwischen meinen Händen und denen sammanananders herauszufinden? In diesem letzten Experiment werden wir direkt ins Gehirn schauen, um zu sehen, ob es einen messbaren Unterschied in der Wirkung meiner Heilung im Vergleich zu der von sammananander gibt. Noch einmal, es ist ein großer Unterschied in den Reaktionen des Körpers, abhängig von den Händen. Aber wir können nicht sagen, warum oder was passiert. Was genau er tut, ist schwer zu sagen, aber die Probanden konnten nichts sehen und Lasse kam von der Seite herein, ohne jedes Geräusch. Vielleicht wurden Sie beide ausgetrickst. Der einzige Trick, den Sie vielleicht gemacht haben, ist, dass Sie sich auf einen bestimmten Zeitpunkt hätten einigen können, wann Sie anfangen und wann Sie die Reaktionen stoppen. Aber das ergibt keinen Sinn, weil ich selbst entscheide, wann ich in die Behandlung ein- oder aussteige. Sie konnten also nicht da liegen und Minuten oder Sekunden zählen. Vielleicht halten Sie uns zum Narren, aber zumindest können wir es nicht herausfinden. Nun, ich komme auch nicht dahinter. Ich weiß nicht, was er getan hat oder was passiert ist. Anscheinend kann sie seine Hände im Vergleich zu meinen irgendwie anders fühlen oder bemerken. Ist da etwas an seinen Händen oder was? Was ist unsere Schlussfolgerung? Nun, ich denke, wir können es nicht wirklich sagen. Es gibt auch diese Gedankenleser, die in einem anderen Raum stehen als ihre Probanden, was wir auch nicht erklären können. Ich denke, wir müssen Schlussfolgern. Das liegt außerhalb unseres neurobiologischen Verständnisses. Mein Name ist Robert Seeper. Ich bin Anthropologe. Meine veröffentlichten Arbeiten sind sowohl bei Amazon als auch bei Buchhandlungen erhältlich. Sie sind ein großartiges Geschenk. Wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie das über Patreon.com tun. Siehe Link in der Beschreibung. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Bitte klicken Sie auf den Like-Button und abonnieren Sie für zukünftige Updates. Wie immer freue ich mich auf Ihre Kommentare. Also hinterlassen Sie mir bitte Ihre Gedanken unten. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende und hoffe, Sie bald wiederzusehen. Übersetzt und gesprochen von Flo. Vielen Dank an Robert Seeper. Und ich hoffe, Sie sehen uns wieder bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.